Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Jahresrückblick für Weihnachts-Special 2018 Jahresrückblick für Weihnachts-Special 2018 Das ist die SVP, die versucht, auf einem Eid zu stehen. Und das Loch steht symbolisch für alle anderen Parteien und das Wasser ist die westliche Zivilisation. Und hier haben wir die Spaltung der Gesellschaft. Und das ist der Durchschnittsbürger der Gesellschaft. Und das der Überdurchschnittsbürger. Und das ist die hart arbeitende Hamsterarbeiterklasse, die langsam genug hat. Und der Löffel ist gesunder Menschenverstand und das sind moderne Hochschulen. Und das sind die Massenmedien und die Schildkrott ist das Internet. Und da haben wir Silicon Valley. Und der Hund sind Zensuralgorithmen von Silicon Valley. Und das Eichörnchen spielt mit Ton. Und da haben wir die EU. Und da haben wir Amerika. China. Südamerika. Hey. Russland. Das Morgenland. Und Afrika versucht, Pommes frites zu machen. Und hier haben wir den modernen Feminismus. Und hier haben wir ein Hotel, in dem man den ganzen Tag von Giraffen belästigt wird. Aber keine Angst, kommt alles gut! Und subscribe to PewDiePie! Bis zum nächsten Mal!